Schnelle oder langsame Schöpfung. Einmal sagt Allah, er hat die Welt in sechs Tagen erschaffen, einmal sagt er, wenn er es schafft, braucht er nur zu einer Sache zu sagen, sei und sie ist. Oh, was für ein Widerspruch. Ja, das eine Mal geht es um die Fähigkeit von Allah, ihm nullkomman nichts zu erschaffen, das eine Mal geht es um die Erschaffung der Welt, zwei verschiedene Pashur.